So Leute, da sind wir beim nächsten Opening und diesmal etwas sehr seltsames für mich. Ihr seht schon, 11,99€, 3 Phyrexia Draftbooster, deswegen kommt das Video hier an einem Montag. Es sind mehrere Booster drin und ich habe das gesehen und ich muss es einfach haben, das ist ein Draftpack. Ihr habt noch nie ein Draftpack in der Hand gehabt. Noch nie. Und die gab es. Wir waren in Nürnberg im GameStop und da gab es die und da wollte ich die mal holen. Mal gucken, Elle Schnorn und ihre Phyrex. Man kann es natürlich nicht lesen. Man kann es natürlich nicht lesen. Phyrexianisch und irgendwas. Drei Booster drin. Jeder holt sich so ein Draftpack und kann mitdraften. Zwölf Euro. Also vier Euro für einen Draftbooster ist schon relativ viel. Aber dafür habt ihr halt ein komplettes Draftpack drin. Mal gucken, was die sonst noch da drin haben. Auf jeden Fall interessante Verpackung. Wie gesagt, ich finde das spannend, was hier teilweise mit diesen Produkten passiert. Ich habe noch was anderes mit geholt. Das zeige ich euch ein andermal. Genau. Und dann nur, okay, da sind nur drei Draftbooster drin. Sonst nix. Ich habe mit mehr gerechnet, wenn ich einfach mal ehrlich sein darf. Ja, gucken wir uns das Ganze mal an. Drei Draftbooster, die wir heute öffnen. Dementsprechend nur ein kurzes Video für euch. Aber trotzdem immer noch besser als nichts. Wir haben in Draftboostern natürlich 15 Karten. Einer davon ist ein Token. Das ist in diesem Fall eine Katze. Katje, Katje, Katje. Und dann haben wir Schneidezahngleiter. Oh, die ist deutsch. Das sehe ich jetzt erst. Das ist ja schon heftig. Das ist was deutsches. Ich hoffe, man kann es überhaupt erkennen. Von der Farbe her sieht es so aus wie nicht. Aber was solls. Schneidezahngleiter. Zwei meiner 1,3 fliegen mit verdorben. Wenn er angreift, falls ein Gegner drei oder mehr Giftmarken hat, kriegt er eine Plus 1,1, was zumindest so ist. Hm. Spannend. Äh. Gitterklingen. Gottesanbeterin. Phryxianischer Insekt. Phryxianisches Insekt. Vier meiner 4,3. Kommt mit zwei Ölmarken rein, indem man sie angreift. Falls eine Ölmarke hat, entfernen wir sie. Und sie kriegt Plus 1,1 und sie wird enttappt. Krass. Okay. Entflohenes Experiment. 2,2,1. Phryxianer Biest. Äh. Okay. Ähm. Wenn sie angreift, erhält eine Kreatur dabei, minus x, plus 0 über x gleich der Anzahl an Faktes. Sehr, sehr cooles Teil. Trägerin des Testaments. Wenn wir wissen alle Testament. Ach. Vier meiner 4,1. Wenn sie stirbt, schauen wir die obersten drei Karten der Bibliothek an. Nimm einen auf die Hand. Den Rest in Friedhof. Ganz coole Karte. Klingenpfropfen. Aspirantin. Dramener 2,3. Bedrohlich. Ausrüstungszaubersprüche kosten. Ein meiner weniger zum Wirken. Was stark ist. Ähm. Aktivierte Fähigkeit zum Ausrüsten kostet. Ein meiner weniger. Was auch sehr, sehr stark ist. Ansturm der Milben. Mites. Drei Mana spontan zauber. Fügt eine angreifende Kreatur soviel Schadenspunkte zu, wie du Kreaturen gratulierst. Oder eine blockende Kreatur. Ne. Eine Kreatur. Fügt eine Kreatur dein Planeswalker deiner Wahl soviel Schadenspunkte zu. Spannend. Oder wir kriegen zwei 1,1 Farblose Mites mit. Toxic. Und kann nicht blocken. Chrompirscher. Chrompirscher. Drei Mana. Drei, zwei. Aufblitzen. Wenn das Spiel kommt, tappen wir eine Kreatur deiner Wahl. Uh. Uh. Stimmt. Die waren hübsch. Leichenflattererskick. Ich höre mal auf, die einzelnen vorzulesen. Die meisten werden jetzt eh schon abgeschaltet haben. Und jetzt haben wir nur noch die coolen Leute da. Nachdem die uncoolen sich vertrieben haben. 202,1 Toxisch. Immunitäten am Standardland. Offen von einem. Was? Oben drauf. Okay. Ich wollte schon sagen. Aus dem Bottich steigen. Was? Wie geil. Aus dem Bottich steigen. Hexergold. Hellbade. Sehr, sehr gute Karte. Für Merudin. Gute Fähigkeit. Tamius Logbuch. Coole Fähigkeit auch. Dann haben wir unsere Rare. Und unsere Rare ist Malkator. Aufseher der Reinheit. 3-1-1. Wenn das Spielfeld kommt. Kriegen wir einen 3-3-Frückschen-Golem-Alefaktspiel-Stein. Und zu Beginn des Endsegments. Falls wir unsere Trolle mehr Alefakte kontrollieren. Ne. Wenn das Spiel kommt. Kriegen wir einen 3-3-Golem. Das ist so ein Golem-Ding. Es ist ein Elefantzauber. Füksanische Elefantzauber. Es gab diese Golems auch in grün. Warum gibt es die Splicer hier jetzt nicht? Auch in grün? Das hätte ich cooler gefunden. Und wir haben einen. Uh. Stimmt. Frixianischen Forest. Ja. Draft Bar ist eher auf jeden Fall. Es gibt genug Alefakte drin. Kann man auf jeden Fall nehmen. Muss ja auch ein bisschen auf das Draft Kit achten. Hier würde ich wahrscheinlich auf die Rare picken. Man muss aber nicht immer die Rare picken. Ganz wichtiger Hinweis. Draft ist jetzt nicht so mein Format. Was ich täglich spiele. Hin und wieder habe ich es schon gespielt. Es macht auch eine Menge Spaß. Aber es braucht auch eine Menge Zeit. In der ich hätte spielen können. Nur immer nicht weit. Es wäre zum Beispiel ziemlich weit oben. Wenn ich das Blau-Weiß-Karte gepickt hätte. Und am Ende des Tages muss man halt irgendwie schauen. Wie man es schafft seine Zeit rumzukriegen. Hier ein Bewohner. Toxisch mit Death Touch. Coole Karte. Unsere Rare ist Stab der Vollendung. Drei Mana Artefakt. Tappen. Bezahlen. Leben. Zerstören. Bleibende Karte in der Wald, die du besitzt. Zwei Mana tappen. Bezahl zwei Leben. Krieg mal eine beliebige Farbe. Tappen. Drei Leben bezahlen. Führe Wuchung durch. Tappen. Vier. Zieh eine Karte. Oder für fünf Mana tappen wir den. Den würde ich zum Beispiel nicht picken. Hier wäre die immer in der Weite. Wäre hier aktuell noch höher. Frixianisch spiele ich damals mit Toxisch in Voll. Und eine Insel. Und Golem. Den Token können wir ja benutzen. Und ich vermute hier würde ich die immer in der Weite picken. Ja. Diese Draft Kits sind super seltsam. Wenn ihr mich fragt. Ich bin ja kein Fan von Draft Boostern. Ich finde es cool, dass es solche Draft Packs gibt. Ich vermute irgendwann wird das hier das sein, wo man diese Draft Boostern nur noch drin bekommt. Und diese Booster Displays, die werden irgendwann der Geschichte angehören. Weil ganz im Ernst, wer kauft denn ein Draft Display noch? Wenn ihr das tut, schreibt es mal in die Kommentare. Aber ansonsten, das macht doch keiner. Ewigkeit verschwinden. Sehr, sehr gute Karte. Sehr, sehr gute Karte. So gute Karte. Auf jeden Fall. Ja, genau. Das macht ja keiner. Niemand kauft einfach so Draft Booster. Es sei denn, er will halt draften. Niemand ist so dämlich wie ich gerade. Nehmt euch das hin. Hier würde ich wahrscheinlich irgendwie nach den Spellbaums gehen. Das Ding ist auch nicht schlecht. Konvertierter Mühe. Sehr cool. Kohleschmied. Das ist eine phyroxianische Bestie. Ist ja alles phyroxianisch. Wenn ich jetzt zwei Faktenkreaturen kriegen. Plus 2,0. Nicht schlecht. Und miranischer Unterschlupf. Auch eine ziemlich miese Draftkarte. Also das Pack war für den Draft mies. Zweimal eine Art Fakt, solange der im Spiel ist. Das heißt, er hatte alle Fähigkeiten von Länderkarten in unserem Friedhof. Zum Beispiel Tappen, Opfern und Landdurchsuchung. Insel, Rebell. Ja. Würde ich ja auch nicht picken. Ich wäre versucht, den Flickereffekt zu picken. Einfach nur, damit er die Möglichkeit hat, den Typen zu beschützen. Oder den Myr. Mana bedienter Farbe und Toxisch ist schon ganz nett. Das wären so meine Pics. Habt ihr andere Pics? Schreibt es in die Kommentare. Was haltet ihr davon? Könnt ihr dabei schreiben. Und ja. Ich habe noch was anderes Weirdes gefunden. Das zeige ich euch dann in zwei Wochen oder so. Und bis dahin. Einblech seht. Ciao, ciao. .